So, ich stehe jetzt hier mit Christian, Leiter Handyflash und wir stehen hier beim FIFA 17 Turnier, Powered by Konrad und Handyflash. Christian, du hast ja jetzt hier schon alles mögliche angucken können. Wie findest du es bisher, organisationstechnisch, alles drum und dran? Ja super, wirklich beeindruckend. Viele Leute, coole Leute, die Sonne scheint, was wollen wir mehr heute? Top! Bist du jetzt wirklich hier, um dir das alles anzugucken oder bist du auch angemeldet und zockst mit? Nein, ich bin hier, um zu gewinnen. Also es ist mir auch wichtig, dass ich heute gewinne, weil ich bin einer der Besten hier. Das nenne ich Ansage. Die Wahrheit findet praktisch auf dem Platz statt. Also wir haben ja auch ein paar Pros dabei. Also du schätzt da deine Chancen schon so ein, dass du die alle mal wegfleckst. Ja, wer kann ich dazu nicht sagen. Also ich denke, ich gewinne das Ding heute. Kurz und knackig von Christian, der gewinnt es auf jeden Fall. Kurze Frage noch, wir haben es auch schon mit anderen Leuten hier angesprochen. Team Konrad und Handyflash, also hier haut sich keiner irgendwas auf die Tasche. Alle Einnahmen gehen wirklich tatsächlich zu karitativen Zwecken, habe ich mir sagen lassen. Ja, das ist so. Das ist absolut richtig. Was hältst du davon? Wäre es vielleicht für dich irgendwie angenehmer gewesen, wenn du sagst, hey, noch ein dickes Preisgeld raushauen? Ja gut, weil ich ja gewinne, wäre das natürlich besser, weil das Preisgeld wäre meins gewesen. Aber für einen guten Zweck ist auch völlig in Ordnung. Nein, also haben wir schon ein paar Mal abgesprochen. Team Konrad, Team Handyflash haben hier super was auf die Beine gestellt. Alles zu karitativen Zwecken, fürs leibliche Wohl ist gesorgt. Und im Vorfeld gratuliere ich dann schon mal den heutigen Gewinner vom Turnier, Christian, und wünsche dir trotzdem noch viel Glück dabei. Dankeschön. Mach gut.